ja wir sind wieder da wo wir immer waren und wir spielen weiter genau da wo wir aufgehört haben und ich würde sagen wir laufen Mission Weg wir müssen wahrscheinlich hier hin ich hab jetzt nicht hier treibt es erst mal los hier dritte das ist durch wir dürfen nicht verlassen mein Bruder und seine Familie ja Quarantäne-Zona Prozent es gibt nichts anderes als eine gute alte Quarantäne-Zone weißt du ich verstehe warum wir dieses Volk haben müssen aber mal ehrlich man fühlt sich wie ein Abmaschinen ok sie können weiter aber ich bin ein wenig damit so jetzt sind wir denke ich mal hier voll krass im Camp hier gucken wir mal was wir so an krassen Ausrüstungsgegenständen noch haben welcher stufe sind war aber wir können trotzdem mal zum Ausrüstungs- Ausstattungshändler gehen das ist nix aber wie das drauf das kann brauchen wir alles nicht das brauchen wir noch 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 das weiß ich doch das weiß ich doch das weiß ich doch das ist macht ihr auch die Schocken das so cool ja ja schaden 1, 1, 4 Dann ist die G36 auch eigentlich viel besser Okay Ja, das weiß ich doch Weil Macht natürlich auch Sinn, wenn man Eigentlich die Stadt retten will, dass man dann auch Läden aufmacht Weil Die Agenten Haben es ja so schwer genug Das bräuchte gar nicht mehr hier Gut So Das sind alles Agenten Die brauchen wir noch nicht So, da müssen wir glaube ich hin Ein paar Sekunden Dann würde ich sagen Gehen wir natürlich erstmal da hin Und schauen, was da abgeht Da wir jetzt unsere Kasse G36 haben Wir werden schon mal etwas schämen, wenn wir besser gehen Weil die MP5 Fahrt zwar auch cool Aber irgendwie nicht ganz so schön Wie nennt man das hier? Genau Genau Räder Das finde ich auch gut Du kommst in den sicheren Bereich Und vor dem sicheren Bereich liegt alles voller Leicht Das ist auf jeden Fall sehr Vertrauenserweckend Das haben sie gut gemacht Das Da können sie sich auf jeden Fall auf die Schulter klopfen Auch hier sogar Massengräber Auch Ja, da fühlt man sich Wie zu Hause Gut Wir müssen die Feinbrasses angreifen Mauer Ich wundern, ob sie auch die Busse tiefer gelegt haben Sauer Ne, die sind fast normal Alles hier könnte normal sein Aber die Polizeiautos und alle anderen Fahrzeuge sind auf jeden Fall tiefer weg Wenig Sachen Wir sind gleich da Also wir sind wirklich gleich da Und da können wir loslegen Genießen wir mal ein bisschen Wunderschöne Aussicht Och, guck mal Wie teuer waren denn eigentlich die Spritpreise hier damals Als der Krasse Black Bei der Ebiros Da Angekommen ist Das hat auf jeden Fall gut reingeladen Die Textur Na gut Ja, aber ich schätze mal Es sieht aus wie drei Eins Oder eins Drei Ich schätze mal drei Pro Gallione Gallione war glaube ich Fünf Liter Ich bin mir jetzt aber nicht sicher Auf jeden Fall günstiger Bei uns glaube ich Aber Ja Gibt da jetzt einfach hier Frau erschossen Oder den Tybi Toll Ihr seid echt kein Beispiel für Kinder Wenn die das sehen Die machen das doch nach hier Alle Einheiten Gegner haben sich in der 29. West verschanzt Bitte überprüfen Sie das Das werde ich Was denn Warum gehst du nicht nach sich Gar nicht Ja Die klebt aber richtig Sein Was für ein Lapp Wie wollte er denn jetzt klettern Ist der mit ihm nicht richtig Danke Ohne Sie hätten wir die nicht ausschalten können Nein Dafür bin ich da Dafür bin ich da Hier an uns jetzt nochmal zu fühlen wie der Typ Wir klettern jetzt auch nochmal so krass hier drüber Und denken sich Das war ein Move So hier hat jemand was fallen lassen Ist leider schlechter Aber wir Trotzdem mit Und jetzt gucken wir mal Wo wir noch hin können dürfen Da ist ein Safehouse Eigentlich Gehen wir einfach mal hin Wir sind ja so gut wie in der Nähe Haben wir auch hier Schnellreisezieher Freigeschaltet Ist eigentlich ganz gut Obwohl 0,3 Kilometer Gleich mal mit Da ist ja auch noch hin Wir kommen ja eigentlich da auch Vollkommen noch hin Wir gehen dann Einfach würde ich sagen Ich habe einfach kein Oh Schätzchen Da draußen läuft eine kaltblütige Mörderin rum Eine gewisse Michelle Mason Ich soll dich wohl bitten ihr das Handwerk zu legen Aber du musst mir versprechen vorsichtig zu sein Ich lade ihre letzte Position hoch Aber du kannst nicht sagen ich hätte dich nicht gewarnt Also ich kann jetzt mit Wohl und Recht behaupten Dass sie uns auf jeden Fall nicht gewarnt hat Was auch immer jetzt passiert Wir wissen es nicht Ja also von der Atmosphäre her Haben sie das schon echt schön gemacht Da kann man Da kann man nicht meckern Da eigentlich auch Ich glaube wir kommen dann auch Auf die Straße Und hier sind zwei krasse Bünderwerke Jetzt sind sie da nicht mehr Oh das klang jetzt aber für die Klee nicht gesund So wir genießen Das wunderschöne New York Im verschneiten Morgen Und wir sind auch gleich An unserem Nebeneinsatzziel Wir chillen unsere krassen Burger Die wir natürlich vorhin Wegen der Nahrungsmittelkonserven Ausgeblutet haben an Geld Und denen geht es jetzt besser Als je zuvor Gut So wir sind gleich da Also mit den Beleuchtungseffekten Das haben sie schon Ja, das ist schon Schick Auch ganz so nix So Wir sind gleich da Ich werde diese Güte weitergeben Kein Problem Dafür bin ich da Ich muss aber nochmal die Atemschutzmaske Kann man das sogar anlegen Nee Gut Noch was Das ist aber schlechter Nö Sonst haben wir nicht Wirklich was Das war nochmal Glauben wir nicht hier Eigentlich Schalten wir drauf mal So Cool So Da sind wir noch Wunderschön gerüstet Für die nächste Oh, einen Känguru Siehs Dass ich das Lebe In New York Nählich Gut Wir sind jetzt gleich am Ziel Da können wir jetzt hier mal Voll Action machen Und das machen wir Wir neutralisieren Diese Biya Arch Denn so kann sie In unserem New York Nicht weitermachen Das geht gar nicht Bala Ich könnte ein paar Zähne ausschlagen Echt Ich auch Denke ich mir auch jeden Tag Ich denke die ganze Zeit Über den Virus nach Woher Ich denke 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 Ja Aber was ist ja mit ihm Sag mal Na gut Irgendwann hat es nicht ganz so gut geklappt Ich könnte vielleicht daran liegen Dass ich hier Ein bisschen Hinter Hinter dem Diegen Wir sind aber eigentlich Stufe 4 Sag mal So Warte mal Wir brauchen Wir müssen mal Zell wechseln Wir haben noch nicht Mehr Plätze freigeschaltet Gut Das nützt uns leider Auch noch nix Dann müssen wir weiter sammeln Okay Dann müssen wir mal Ein bisschen Ein bisschen Ein bisschen Krasse Hier herangehen An die Saal Aber ich denke Wir schaffen das Ein bisschen Positiver Dinge Er hat hier Gar nichts abbekommen Das lief doch ganz gut Gleich beim ersten Versuch Wahnsinn Wir sehen zwar nicht viel Aber wir wissen Ungefähr wo es Nein wir treffen sie nicht Wir müssen vielleicht mal Hier hin Die Gegner sind hier schon ganz schön krass Zambinen Voll die intensiven Feuergefechten hier Ja 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 wir müssen uns Gute Michelle Das heißt wir müssen da hoch Alter Warum macht sie denn das Warum macht sie denn das Ja alter wie gut trifft sie denn Und wie viel schaden macht sie denn halt Was ist denn mit ihr nicht wichtig Ja Ja Ich Na klar ja auch hier Wir sind hier nicht im Gefängnis Das ist ne Frau Soll ich denn jetzt hier irgendwo hinkommen Soll ich denn jetzt hier irgendwo hinkommen Oh das wird gut Das wird rechts Ich seh's schon Oh Gott Ich seh's schon Wir probieren's noch einmal Wir probieren's noch einmal Und wenn's nicht klappt dann Dann halt nicht Dann halt nicht Boah Dann kannst das Spiel halt mal kurz weiter Okay wir müssen das nochmal Wir müssen halt mal ein kleines bisschen Achso Aber das ist ja nicht schlecht dass die anderen schon tot bleiben Das ist gut Fällt mir So Brauchen wir eigentlich nicht Weil Warum halt auch ja Wird ja eh nix hier Äh Ne Ach Guck mal Guck mal ob wir's schaffen Wir klettern jetzt einfach volle Kanine hoch Sie wird gar nicht wissen was passiert Nein So wird sie bald wissen was passiert So Unser Unser G36 Wo läuft sie denn halt allang Ja dann ausgehört der Armee Ja Hahaha Wir haben gehört dass du alles nötige gefunden hast Prima Ich hoffe du hast keine Blutflecken auf der Ausrüstung Die kriegt man nur ganz schwer wieder raus Ist das so Ist das so Wir können auch hier noch Unterlauf Vielleicht Haben wir mich grad freigeschaltet Achso das hat er gemacht Okay Was haben wir hier noch Magazin haben wir glaube ich nicht Wir haben meine Rüstung freigeschaltet Das ist gut Meine Rüstung findet man immer wunderschön Und wir sind aber immer noch in Stufe 5 Aber wir haben erfolgreich dieses wunderschöne Missionsziel abgehakt Die legen wir natürlich gleich an Wie im Ghetto Gut Wo sind wir jetzt Jetzt sind wir hier Waffenteile Waffenteilbehälter Muss hier sein Ah hier vielleicht Ja gut Da hab ich alles übersehen Was ist denn los Mit mir sei auch immer Gut Gut dass wir mal auf die Dings Geschaut haben So wir sind Das können wir mal machen Schätzchen Ich hab schlechte Nachrichten Ein paar sehr nette Leute Werden von Plünderern Als Geiseln festgehalten Was ist nur aus der Moral Der Leute geworden Ich schicke dir die Koordinaten Joa ich würde sagen Wir befreien die Geiseln noch Und dann sehen wir uns dann Im nächsten Part Wieder Aber vorher Haben wir noch ein bisschen Spaß Mit Geiseln Und natürlich retten Weil wir Von der Division sind Das ist gut Das ist immer sehr gut Das würde ich sagen Ziehen wir es durch Hier mal So wir schließen Unseren krassen Boys an Wir stehen schon Vollbereit da Hallo Hier bin ich Geh rein Los Wir sind hinter dir Bewegung Los 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 Ihr seid doch vor mir Jetzt gerade Ich hab so das Gefühl Die sind nicht die Hellsten Ich frage mich Oder vielleicht Vielleicht für dich So Scheiße wie machen sie das Oh ein Handy Hier Oh mein Gott Hast du Aerie ein neues Video schon gesehen? Scheiße das ist total geil Sie sieht so toll aus Hast du gehört Dass sie mit den Sänger Dieser schwedesten Band ausgeht? Was? Niemals Oh der ist so süß Sein Haar ist göttlich Ich liebe ihn so sehr Sie muss das glücklichste Mädchen der Welt sein Hör auf zu telefonieren Du musst dir die Nachrichten ansehen Ich muss auflegen Mama wird neidisch Ich ruf wieder an Okay Dann bis später Bye Ich muss wieder auflegen Ich muss wieder auflegen Den Mama wird Interessant Wow das war ein Kampf Ja das war krass Wir wissen dass unsere Mama stolz auf uns ist Also ich möchte jetzt nicht sagen Aber ich glaube Das ist eine tolle Haftung Gnade Die bringt sowas von richtig viel Gut dass wir uns die gekauft haben Jetzt nur eine Sekunde dauern Oh wie viel kommt denn jetzt hier so auch mal? Aber wenn wir jetzt das Versteck der Plünderer plündern Dann werden wir selber zum Plünderer Irgendwas haut hier einfach nicht hin Ich glaube die Division ist eigentlich nur Ein anderer krasser Plünderverein Das ist voll die Verschwörungstür Ich bin mit jedem in den Atmen Und ganz viel damit zu tun Endlich Oh vielen Dank Das war schrecklich Ich muss so schnell wie möglich hier weg Ah nein das habe ich jetzt scheiße gebaut Ja du kannst gehen Schätzchen du hast wohl heute ordentlich Spinat gegessen Wie es aussieht Ich habe gehört die netten Leutchen Kommen alle wohlbehalten zurück Ich werde ihnen ein leckeres Thunfisch Sandwich vorbereiten Gut das ist unsere krasser Waffe Und wir haben hier noch irgendwas krasses freigeschaltet Oh das klingt super Irgendwas freigeschaltet Ne leider nicht Schade Gut Dann würde ich sagen Gucken wir mal wo wir als nächstes dann hingehen Ah hier sind wir Deshalb würde er doch ganz sich gut anbieten Wenn man da das einfach mitmachen Agent hast du Zeit? Wir haben nämlich ein Problem Jemand hat an den Antennen rumgepfuscht Und ich wette du kannst mit Antennen umgehen Bei deinem Verstand und deiner Ausbildung Tust du mir den Gefallen? Ja wenn du nochmal reden würdest Würde ich das auf jeden Fall machen Gut dann würde ich sagen Wir ziehen vielleicht noch Satellitenverbindung hoch Und dann machen wir erstmal einen Cut Für dieses Video Jetzt wird das wieder Das ist ein bisschen zu lang Aber ich denke mal dadurch Dass das jetzt gleich hier Um die Ecke ist So wie eure Mutter Da können wir das einfach machen Und Oh würde ich sagen Ziehen wir es mal durch Machen wir irgendwas mit den Satelliten Unsere krassen Prokurskills helfen uns natürlich Da hoch die Ball hoch zu kommen Das ist gut Ja aber siehi Denn wir haben hier den Prokurmenschen Oh verdammt ist das kalt Wer geht denn mit So einer Schießerei ne Ohne Witz Wer geht denn damit Ein Baseballschläger umher Und Stürmt da auf die Leute Das Ist nicht ein bisschen krank Ich denke mal das ist ein kleiner Satanist Das macht es auf jeden Fall Sinn Ja Was sollen wir jetzt tun Ich glaube wir müssen Irgendwo hinrennen Und die Antenne reparieren Ich jetzt Alles geht hier krass durch Dieses wunderschöne Gebäude Nehme ich an Das ist ein bisschen krass Das sieht ganz gut aus Doch doch Jo Ist mal gleich da Gut 1 minu 30, 40 m durchschießen wir schaffen Test Das mal unsere kraft Es macht halt wirklich nicht viel aus, gell, diese blöde Haft-Granade. Das ist eigentlich echt für'n Arsch. Das kann man sich voll sparen. Na wunderbaaar, das haben wir doch easy gemacht. Hör mal einer an, das war richtig gut. Du hast alles repariert. Kein Problem. Ich wünschte, Benni wär auch so geschickt. Na doch, Benni ist scheiße. Benni ist einfach scheiße. Das ist falsch. Wir brauchen den Haft. Genau. Müssen wir jetzt noch irgendwo hin? Oder haben wir es geschafft? Nee, wir haben es geschafft. Na schön. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Dann reingehauen und aufgehauen. Bis dann.